Herzlich Willkommen zu Cities Skylines. Wir haben in der letzten Folge gemerkt, wir haben einen Megastar, den möchte ich jetzt auflösen, in dem ich einfach hergehe und sage, Freunde, wir haben hier ein Depot und hier ein Schmutzdepot. Das wäre für die Stadt und das ist für die Industrie. Ich mache jetzt radikal einmal einen Schnitt und sage das weg. Zack. Ja. Gehen wir vielleicht noch ein Stückchen weg annehmen. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, theoretisch müsste man den Stau jetzt auflösen. Das heißt, alle LKW... Gebäude ist da abgebrannt. Ja, schön, was soll jetzt tun? Alle LKWs müssten jetzt von da reinkommen, theoretisch, ja, wenn die Rechnung aufgeht, weil die können da in den, in unser Landwirtschaftsbetrieb und sie können da in die Schwerindustrie rein. So, die schreien da alle nach Müll-Dings. Okay, das hoffentlich wird sie jetzt bald auflösen, weil, ja, ich weiß, dass da ein Gebäude niederbrennt ist, was sie jetzt machen. Wir haben ja da ein Mülldepot, ja, und das müssen eigentlich locker, auch wirklich locker für das alles reichen. Das kann nicht anders sein. Ja, und wie man sich das löst, seh, schau auf. Wunderbar, bin ich froh. So, und wir haben ja da immer noch das Problem der Probleme, und zwar hätte ich da gerne noch eine Polizei hinbauen. Das werden wir nämlich jetzt da machen. Zack. So, jetzt ist noch mehr Sicherheit gegeben da in unserer Stadt. Äh, was ist da los? Verlassen. Ja, okay, bist du halt verlassen. Ich bin auch verlassen. Äh, und werden da jetzt noch Häuser dazubauen. Wir werden uns da unsere Stadt da vergrößern. Und zwar möchte ich ganz gern da so rausgehen. So. 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 Schaut aber wohl interessanter aus in die. Können wir ruhig einmal in so eine Kurve auch reinmachen. Ja. Und wir haben kein Geld. Wunderbar. Gut. Dann werden wir da einmal schnell vorspielen, wenn wir Geld brauchen für, äh, unsere Stromleitungen. Äh, unsere Wasserversorgung. So, dann werden wir da dann einmal wieder dazu bauen. Zack, zack. So. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir, äh, ja, unsere Stadt verschönern. Ja, mit Parks und sowas in der Richtung halt, ja. Damit die Häuser aufsteigen. Ihre Bürger sind unzufrieden. Versuchen sie es mit der Platzierung von Park... Aha, ja. Hab ich ja gerade gesagt, ne. Äh, ich war schneller wie dumme Freund. Wir werden da irgendwelche Parks und so auch reinbauen. Damit, äh, unsere Bürger zufriedener werden. Äh, da musst du auch vielleicht das ein oder andere Haus, äh, äh, daran glauben. Aber, ja, mei. Ist ja das schon. Da müssen meine Bürger müssen, oder beziehungsweise unsere Bürger, ja. Äh, die müssen da durch. Ne? Wenn sie es schön haben wollen, dann müssen sie auch damit durch, dass sie, äh, ja, wenn wir einen Parkbaum, äh, da vielleicht ein paar Häuser weichen müssen. Ne? Und das werden wir jetzt gleich mit dann in Angriff nehmen. Denn ich möchte da, ja, einen Friedhof brauchen wir auch noch. Ne? Also, die möchte ich auf alle Fälle auch noch bauen. Äh, der war ja da dann. Ja, genau. Müssen wir auch noch schauen, wie wir das am geschicktesten lösen, das Problem. Gut, gut. Äh, ja. Okay, dann könnte man sich jetzt zum Beispiel schon leisten. Könnte man sich leisten. Gut, dann machen wir da vielleicht einmal so ein bisschen, äh, da so eine Ausfahrt runter. Und werden sagen, okay. Äh, Friedhof. Da, ja. Da, ja. So. Und, ja. Wo ist es? So. Achso, da braucht ihr auch Wasser, ne? Ist klar. Äh, das mit dem Müll verstehe ich nicht. Ich sag euch das, wie es ist. Mit dem Müll, das kapiere ich nicht. Sie kommen einfach nicht nach dem Mülldeponie. Mir wird nichts sagen, dass ich überbleiben muss, wie dass ich extra da jetzt eine Mülldeponie baue. Weil, die nicht nachkommen. Ärgerlich. Ja, ich weiß, dass ich da Müll tue. Was soll ich denn tun? Ich hab kein Geld für den Müll. Achso, ihr wolltet eigentlich schauen, was es kosten. Die Mülldeponie 4000, okay. Ja, das solltet mich ja gleich zusammen haben, hoffentlich. Müssen wir eine Mülldeponie da hinstellen, weil sonst kommen wir da auf keinen grünen Zweig. Sie schaffen das nicht. Obwohl ich die Mülldeponie eigentlich alles abdecken sollte. Aber nicht unsere Mülldeponie. Nee, unsere Mülldeponie nicht. Heißt, ich muss da eigentlich eine Mülldeponie bauen, wo ich eigentlich nie eine bauen wollte. So. Aha, da sind wir schon ein Dings drüben. Okay, dann bauen wir es da her. So, und das sollte jetzt bitte funktionieren, dass wir da jetzt den Müll wegbringen. Der Dreck muss weg. Gut. Wie schauen wir da aus? Hä? Na echt, die kommen da nicht. Wieso kommen... Schaut euch das an. Jetzt haben wir zwar den Verkehr gelöst. Ja. Aber eine Mülldeponie geht nicht. Muss ich da echt noch eine bauen? Schaut so aus. Hm. Das schaut tatsächlich so aus, als wenn wir da eine Mülldeponie hin bauen müssen. Na, geh. Ja, okay. Dann bauen wir halt da noch eine her. Was soll denn tun? Dann bauen wir da eine Mülldeponie noch hin. Warum? Weil wir einfach sonst nicht zurecht kommen. So, ich hoffe, dass wir das jetzt in den Griff kriegen. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ja. Ja. Aber schau mal. Äh, äh, äh. Na, jetzt habe ich eigentlich genau das erreicht, was ich erreichen habe wollen. Die fahren da alle jetzt da quasi... Na ja, ist auch bleib. Weil die, was in die Arbeit wollen, die müssen da auf die Autobahn offen, Autobahnarbe, dann da um und dann in die Arbeit. Hm. Das sinnvoll ist, was ich da gemacht habe? Oh. Oh. Sehr schön. Stadtplanungs... Okay, was ist das? Mit der Stadtplanungsrichtlinie können Sie bestimmen, bestimmte Füchte, dass Ihre Stadt oder bestimmte Stadtviertel hervorheben. Oh, okay. Aber das müssen wir sich einmal anschauen. Einzigartige Gebäude, das wissen wir. Ölindustrie. Na toll. Kostnose Benutzung des Nahverkehrs für alle Bürger. Erhöhte Nahverkehr. Okay. Okay. Neue Straßen haben wir dazu gekriegt. Das ist schön. Oh. Polizeihauptquartier. Mhm. Ölkraftwerk. Okay. Was bist du? Krankenhaus. Huiuiuiui. Schön, schön. Gut. Gut. Ist schön. So. Aber nichtsdestotrotz hätte ich... Mhm. Wir haben da immer noch hohe Nachfragen. Ja, da brennen auch genug Gebäude. Obwohl da auch Feuerwehr und alles ist. Aber die Gebäude brennen halt immer noch. Also für was man Feuerwehr da... Ich baut vor quasi nicht. Ärgerlich sowas. Egal. Gut. Dann werden wir noch da so rüber bauen. Ne, da möchte ich keine Kreuzung hinnehmen. So. So. So haben wir das vorgestellt. Genau. Dann werden wir da Industrie wieder rein knallen. Nein. Falsch. Das brauche ich. So. Genau. Ganz genau so wollte ich das machen. Oh, ein Gebäude ist abgebrannt. Na toll. Äh. Dasselbe wollte ich aber da auch machen. Ja. Da komme ich eh da so raus. Das ist gut. Aber was ich noch schauen wollte, ist wegen der Ding. Ja. Okay. Wir müssen dann doch da eher mehr da oben. Das heißt. Wir bauen da raus. So. Und werden da auch wieder ein Ding sie setzen. Und werden da auch wieder ein Ding sie setzen. Ne. Das mache ich jetzt da nicht. Ich möchte das jetzt da selber ausmalen. Weil sonst macht mir der. Äh. Sonst macht mir der da Sachen wo hin. Wo ich eigentlich nichts hin haben möchte. Weil ich möchte ehrlich gesagt da dann. Äh. Weiß ich noch nicht ob ich da was hin baue. Ne. Ganz ehrlich gerade jetzt. Ich hab da noch keine Ahnung. Und äh. Dadurch möchte ich das jetzt einmal freilassen. Äh. Wasser brauchen wir auf alle Fälle. So. So. Äh. Habe ich da schon Wasser gemacht? Nein. Das auch gleich. Uns zur Brust nehmen. Wie man solche sagt. So. Ja. Machen wir da auch noch. So. Jetzt hauen wir. Gut gut. Wird mir zwar auch nicht gebracht. Aber. Okay. Ist egal. Hammer. So. Und da sind immer mehr. Oh. Da brauchen wir Polizei. Gut. Machen wir. Polizeiwaffe. Schauen wir da aus. Wenn wir die da herbauen. Ist nicht alles abgedeckt. Gut. Machen wir es einmal. Da her. Da her. Da her. Da her. Haben wir das. Und dann werden wir da dann andere hier machen. So. Das muss aber auch rusehen. Gut. Dann hätte ich mal gesagt. Wir werden da mal einen Park anbauen. Ist mir wurscht. Da glauben wir halt ein paar Häuser drauf. Ist einfach so. Ja. Damit unsere Leute da ein bisschen zufriedener werden. So. Dann freuen sie sich. Oder nicht. Haben wir da ein bisschen eine Parkanlage gebaut. Gut. So. Was ist da? Ja. Aber Freunde. Das war es wieder von City Skyline. Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt. Äh. Das schauen wir sich die nächste Runde an. Ich sage tschau tschau.